Spongebob ist blitzschnell. Spongebob als der Tonschuhmann ist noch blitzschneller. Soll ich schnell mal eben auf den Berg da rennen? Soll ich's gleich nochmal machen? Aber am blitzschnellsten ist immer noch Nick Premium. Wow, tolle Spezialeffekte! Denn nur hier kann man die neuesten Abenteuer der Nickstars schon einen Monat früher erleben. Hurra! Wow, begeisternd! Hier gibt's alle Deutschland-Premieren und die exklusiven Folgen deiner Helden. Das ist doch toll! Allerdings! Nur auf Nick Premium! Ich habe meine Entscheidung getroffen! Ja!